Hey und willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War und wir schauen jetzt erstmal hier bei den Fähigkeiten rein Wächterschild, Chaoskling, da können wir mal was holen Bei Geld haben wir jetzt glaube ich genug oder? Achso wir brauchen XP dafür, stimmt Okay also wenn man angreift, dann eine kurze Pause und dann nochmal R1 mit der neuen Haltung Von der schnellen Abfolge von Nahkampfangriffen holen wir uns mal Dann gehen wir mal hier rüber, was ist das hier? Okay, ah okay, okay ja das ist auch ziemlich gut Also wenn man die Gegner so herzieht, dann bekommt die durch Brandschaden Während dem Zielen R2 Okay wieder dann Brandschaden, okay holen wir uns auch Und dann gehen wir bei, beim Clownbogen hier rein Also hier drüben Die Feuerräte des Clownbogens massiv, das holen wir uns auf jeden Fall Dann hier drüben haben wir auch nicht mehr viel, auch nur noch vier Sachen Geht zuerst mal hier Okay Lichtpfeile Explosion Betäubungsschaden, okay Da haben wir Betäubungsschaden Dann hier Schockpfeile machen Schockschaden Also mehr glaube ich, ja Trüben wir uns auch Und dann noch das letzte hier unten Okay Schockleiter Kann jetzt an eine größere Anzahl von Gegnern Verkettet werden Und das war schon das letzte Jetzt haben wir hier eigentlich alles Ähm, ah okay, dann muss ich noch Äh, dann müsste es Stufe 5 sein Also der Vorderklicken Verbesserung 5 Ist aber nicht Stufe 5 Oder 4, ich weiß es jetzt gar nicht Dann holen wir hier noch was Obwohl das ist eigentlich glaube ich meistens nur, wenn man Mit den Fäusten kämpft Und das mach ich eigentlich nicht Also ich hab eigentlich immer die Chaosklingen Aber ist immer egal jetzt Holen wir einfach mal hier alles Achso, jetzt kann ich gar nichts mehr holen Na okay Aber beim Bogen haben wir jetzt eigentlich alles fertig Und ja, wir müssen jetzt erstmal hier zur Schnellreise hin Okay, warte, Zwischen, Zwischenwälder Ja stimmt, da müssen wir hin, oder? Wenn du vorhast, uns alle in die Leere zu stürzen Hoffe ich, dass du dir sicher bist War das nicht deine Idee? Den eigenen Den Weg finden, oder? Schwachsinn Hier ist Thiel über den Rand getreten Und der Eintrachtstein hat ihn geschätzt Bereit? Bereit Tja, wenn es sein muss, Freunde Es war mir ein E Hab Vertrauen Das ist unglaublich Ich dachte, es gab mir eine Drücke Wie kann mir ohne Magen nur so schlecht werden? Ach komm, das war großartig Da Der Turm Ich wusste, dass hier unten was ist Unglaublich Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen Raffinierter, alter Tier Ist Jürgenheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein Man geht nicht einfach durch Wannerheim zum Midgard-Gipfel Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen Aber passt auf Hier ist kleine Prüfungen Sind nie so einfach wie sie scheinen Ist mir aufgefallen Okay, warte Liegt hier noch irgendwo auf der Seite was herum? Ne, hier ist gar nichts Okay, dann gehen wir mal hier rein Warte mal hier hinten Ah, Gesundheit Achso, ich bin eh voll Und für den Rage-Modus Na, ist egal Okay, wir müssen hier in die Mitte Oh nein, der Stein ist fort Der Turm Er absorbiert die Energie des Steins Irgendwas passiert Bewegt er sich? Er bewegt sich Er weiß, was zu tun ist Der Stein hat seinen Zweck erfüllt Wir erfüllen Tiers Zauber Was geschieht jetzt? Ich hab keine Ahnung Aber schlimmer als der Fall eben Wird es bestimmt nicht werden Oh, Shit Nein, wieder die Oh, aber die halten So viel, nicht so viel aus Oh, Shit Man muss halt dauernd ausweichen Oh, Shit Alter, sind das viele Renn, Alter Ja, da kommt immer mehr Oh, Shit Oh, Shit Kommen noch mehr Die Kulampa getötet Und noch mehr Gegner Scheiße, Mann Das waren es alle Boah, zum Glück Okay, hier drüben liegt ein bisschen Gesundheit Noch mehr Gegner Mach dich bereit, Junge Oh nein, noch mehr Gegner Scheiße Oh, das ist ja wieder so einer Ja, oh nein Wo ist er jetzt? Ah, hier hinten Ach, block doch nicht alles, Mann Nein Nein, oh, Shit Ausweichen Oh, Shit Oh, noch diese fliegenden Teile Oh, Scheiße, Mann Was? Oh, Shit Oh, nicht wieder das Boah, da bin ich aber gut ausgerichtet Zum Glück Nein, nein, nein Oh, ich bin tot Ach, du Scheiße Es ist hier schwer Oh, ich bin tot Nein Oh, Shit Oh, ich glaube der Ragemus bringt mich auch nicht wirklich viel Hey, Mann Oh, die Teile jetzt auch wieder Hey, warum wird's denn nicht wieder hell, Alter Das ist doch nochmal ewig Weich doch aus Weich doch aus, Mann Was drück ich das bitte? Hey, komm schon Roll dich doch weg, Mann Ich denke, das scheiß Tagion, Alter Ablocken kann ich nicht wegrollen, tue ich nicht, Alter Was soll ich da bitte tun? Bring den um, Alter Hey, Scheiße, Alter Hey, ich brauch bitte ein bisschen Gesundheit, Alter Warte, der eine ist gleich tot Der eine ist tot Ah, Alter Warum keine Gesundheit? Man, so ein scheiß Haxel Das brauche ich ja nicht, Alter Oh, Mann Jetzt bin ich wieder fast tot Oh, Mann Oh, nein Ragemus Okay Okay, jetzt haben wir circa die Hälfte von ihm Aber ich hab nicht wirklich viel Gesundheit Hey, komm schon Man kann ja nicht, kann ja nicht mal wie Ab und zu mal was auf den Boden fallen oder so Jetzt bin ich da wieder reingerannt Das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht Ah, komm schon, Mann Warum ist der Kampf hier so schwer, Alter Nein Nein Komm, wir haben ihn doch gleich Boah Wir haben ihn, oder? Alter Boah, endlich mal Ich hab jetzt ein paar Versuche jetzt für den Scheiße gebraucht Okay, nächster Kampf Oh, Scheiße Oh, warte, hier ist noch einer Ey, Mann, war so ein Drecksschild hier Wie soll ich da bitte angreifen Warte mal Oh, Scheiße Gesundheit mitnehmen Hier bekommt man aber wenigstens ein bisschen was Als wir beim letzten Kampf da haben wir fast nichts bekommen Also stirbt doch Alter, stirbt doch Wer ist tot? Na, noch der eine hier Okay, drei Ne, zwei Stück leben noch So, tot Oh, shit Hey, jetzt stirbt doch endlich Komm schon Danke Jetzt reicht es aber wirklich Sind wir jetzt endlich fertig? Oh, nein Oh, shit, Okinoga Oh, ich soll ich das überlegen Und noch klein gegen auf, natürlich Oh, shit Die Gesundheit kommt schon Nein Komm schon Bei den Ohr, der könnte ich mir holen Oh, geht's auch der Gruße hier Oh, links Okay, dann haben wir aber auch gleich Boah, ich bin doch wirklich tot, Alter Hab dich mal gemerkt Boah, wir können töten Komm schon Ja, der Kampf war noch deutlich, deutlich einfacher Als der Kampf davor hin Gegen die zwei Was haben wir hier bekommen Leichter Ruhe angriff Okay, schauen wir uns mal kurz an Ähm Ja, okay Ich glaube, das rüstere ich mal aus Dann verbessern wir es noch direkt Na, geht das leider nicht auf Stufe 3 Aber egal Okay, ich glaube, zum Einsammeln haben wir nichts mehr Ja, ich glaube, das rüstere ich noch nicht mehr Ja, ich glaube, das rüstere ich noch nicht mehr Ja, ich glaube, das rüstere ich noch nicht mehr Da ist die Brücke Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zur Weltenkammer Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zur Weltenkammer Okay, ich glaube, das ist das so geil, no Okay, warte mal, müssen wir überhaupt jetzt hier hin? Ich glaube schon, oder? Hier sind wir, glaube ich, richtig. Nicht genug, was zu wissen, Alter. Trotzdem, tut mir leid, was ich gesagt habe, ist nicht genug, wie du es reißt. Habe ich Lenk, wie du sagst, wir kommen da an. Jetzt zurück an die Arbeit, bevor ich sentimental bin. Hey, ich hätte mal wieder irgendwie gern was Neues oder so. Oder, ähm, oder ich würde manchmal gerne irgendwas upgraden oder so. Aber ich kann irgendwie fast nichts holen oder upgraden. Warte, hier haben wir noch was. Warte mal, schauen wir hier mal kurz rein. Das war so, gerade was ich da gesehen habe. Na, ist doch erstmal egal. Also gut, Leute, ich würde zuerst mal sagen, das war es hier mit der Folge. Ich hoffe, es ist gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.